Ja, folgende Frage. Vorher Grundstück aus Eigenkapital kaufen? Das ist eine tolle Sache. Wenn Sie die Möglichkeit haben und so viel Eigenkapital besitzen, dann ist das auf jeden Fall eine sehr entspannte Möglichkeit, zum Beispiel ein Haus zu bauen oder zu kaufen. Und mit Sicherheit eine souveräne Möglichkeit, das können nicht so viele. Aber auch hier, Achtung, achten Sie darauf, dass Sie nicht in folgenden Fehler hineinlaufen, dass Sie zwar ein tolles Grundstück gekauft haben, begeistert sind, aber noch keine Voranfragen bei Banken gestellt haben, wie die Banken dieses Grundstück bewerten. Es kann durchaus sein, dass Sie sagen, das ist ein tolles Grundstück und das ist mindestens das wert. Und eine Bank sagt zu Ihnen, ja, das ist schön, dass Sie dafür 100.000 Euro ausgegeben haben. Aus unserer Sicht ist das Ackerland und nur 20.000 Euro wert. Dann könnte Ihre Finanzierung daran scheitern, dass, wie gesagt, Ihr Eigenkapital dann verpufft ist. Also, Achtung! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017